Guten Morgen! Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Gestern, äh, gestern sei ich schon. Am Montag war ja, äh, am Freitag war ja, äh, ne, ein bisschen was zu tun. Haben wir auch alles ganz gut geschafft. Und ja. Mal gucken, äh. Heute laut Plan, äh, soll es der hier werden? Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht dran. So, äh, ich hab jetzt immer noch keine Gewissheit. Ist ja klar, ist ja immer noch keiner da im Büro. Und zwar, ich habe nachgeguckt, äh, es würde tatsächlich diese Woche dann auch nicht funktionieren, ähm, im Velux, äh, also während der Fahrt quasi aufzunehmen. Also wie ihr das beim letzten Mal gesehen habt, das, äh, würde absolut nicht funktionieren. Naja, egal. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Na gut. Dann wisst ihr auf jeden Fall. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und, ähm, wir sehen uns dann vermutlich später. Guten Morgen, Leute. Ihr werdet mich vermutlich noch nicht sehen, aber, ne, das kommt noch. Oh, ich bin auf dem Weg zum Richtung des Lichtes, wie so eine, ja, wie so eine Motte halt und so. Ja. So, da bin ich schon. Äh, boah. Gestern halt diese, äh, Bautzen-Tour gehabt. Ja. Was soll ich sagen, ne? Die ist halt schon, äh, ein bisschen lang. Also, wir waren gestern um 15 Uhr, so, on about, fertig. Ja, und dann kommt er noch abladen und, äh, ja, halt wieder nach, zur Firma fahren. Also, äh, hm, ja. Hat schon ein bisschen gedauert. Ja. Ich vermute mal, damit ich heute auch wieder mit der, mit dem LKW und dem Fahrer mitfahren werde. Also, war das schwer mit dem Aufnehmen, da der LKW hinten keinerlei Möglichkeit hat für mein Stativ. Was ich ja, äh, äh, letztens benutzt habe, um, äh, aufnehmen zu können am Freitag. Aber, äh, okay. Dann, dann halt nicht. Schauen wir mal.